Haben Sie schon einen Verdacht, wer das war? Vielleicht einer von Ihren Schülern? Weil, sagen wir es einmal so, Rektor ist jetzt nicht gerade der beliebteste Job. Gerade bei so Schülern. Ja. Aber als Polizist wird man auch nicht nur Freunde haben, hm? Ja. Aber an meiner Hauswand steht das halt auch nicht. Stirb, du Sau. Ausziehen. Sofort. Wieso? Weil ich jetzt euer Gewand kriminaltechnisch untersuchen lasse. Boengo. T-Shirt away. Draus ist away, alles away. Alles away? Ja. Ist gut, ha? Ist gut, Panetta, gell? Vor ein paar Jahren haben wir mal einen Fall gehabt. Da hat eine Thai-Frau ihrem Gatten ihren Nacht den Schwanz abgebissen. Franz! Stimmt, das war Vietnamesin. Servus, Franz. Haben Sie gerade viel um die Ohren? Ja, was soll ich sagen hier den Stellenleiter? Hier brennt der Baum. Danke, ich stehe jetzt noch auf Alpenkoks. Das ist schon der zweite, den ich überfahre. Scheißgeschäft ist das. Ende hoch. Ist Ihnen irgendwas aufgefallen? Der Franz wird gern was über unser Verhältnis zu deinem Rektor Höpfel wissen. Ein Höpfel ist ein Arschloch. Nein, Song. Er hat immerhin eine Schürze geputzt. Meine Oma putzt auch in einer Schürze. Aber ihre Oma hat was drunter an. Au, was der Höpfel hat nackt geputzt. Splitterfasernackt. Der Höpfel hat vielleicht ein bisschen härter eine Menge, aber das reicht nicht für eine Mordermittlung. Vielleicht ist er ja bei einem von seinen Spielchen umgekommen. Und? Schmeckt es euch? Nein, das ist scheiße. Der Oberste ist scheiße. Na, dann ist es ja recht. Was machst denn du da, Vater? Du siehst doch, ein bisschen garteln. Du, der Vater pflanzt noch im Garten Rauschgift und du schauchst in aller Seelenruhe zu, oder was? Das tut sich der Papi aufregend, oder? Der Höpfel war schwul. Ich würde mich da hüten, irgendwelche Verdächtigungen anzustören. Ich sag nur, ich hab da männliche Leichlegung. Mein Höpfel ist ein Sperma im Arsch. Zwei Tode, die sich gut kannten, gestorben am gleichen Tag. Das ist doch komisch, oder? Na mein Gott, der Höpfel hat den halt noch mal gepimpert. Der eine hat sich umgebracht, der andere ist eine Überdosis gekrepiert. Ja, das ist nicht schön. Bei der Geschichte sind so viele Zufälle, es kann gar kein Zufall mehr sein. Eberhofer, du musst echt an deiner femininen Seite arbeiten. Der moderne Mann darf Gefühle zeigen. Du hast ja mittlerweile ganz schöne Teinen auf die Haxen. Du blöder Arsch, du. Susi! So ein Dipp. Spitz, du bist das Zökel. mediagroup bord. Also Ihnenточke nicht mehr. Das ist die Hofflusive und internistische Doktorze kelle. Wenn das denn auf der êre foraiunnit! He 一 ftote Xen gesehen. So kör ich von anderer Grünen!